Yo Leute da sind wir wieder hier bei Gary Phil und heuer zu einem kleinen Video von Call of Duty Ghost Multiplayer Ja und wie ihr vielleicht schon gesehen habt habe ich gestern oder vorgestern ein Video mit Singleplayer hochgeladen Heute mache ich ein Spiel Multiplayer und nur ein Spiel Weil sonst ist die Datei zu hoch und dauert mir das zu lang Wir machen einfach mal ein Ich hoffe wir kommen ein frisches Spiel damit es für euch nicht zu kurz wird Wie kommen wir ein frisches Spiel? Ah da kann ich mich immer dahinten So Naja Ich kann nur gerne unten in die Kommentare schreiben wie ihr es fandet Ähm Ja Ähm Ich habe ja schon angekündigt dass ich vielleicht wenn ich vielleicht ein Grid 2 Video mache Und äh Also Let's play und das dann Fuck Schon erste Tote Schon peinlich peinlich Und Und Ja Machen wir noch mal eine kleine Verteidigung Und auch da hin Oh lol Was ist denn das für einer? Ja ja genau was für ein kleines Arschloch alter Vor der Hacker drinnen Alter Alter was geht bei mir schief? Alter was geht bei mir schief? Lol ich komme rein und sterbe das ist krass Ja Jawoll Ah toll tot Naja jetzt kommt mir jetzt gehts noch der L Jetzt kann ich nicht mehr weiter spüren Ahm Hey alter Das ist doch krass Wie wir hier am verkacken gehen Wie wir hier einfach am verkacken sind Ist doch hart Ah 12 Schuss Lachen wir schon nach Hm Egal Ja ich probier mein bestes aber wir sind grad auf voll am verlieren Das wettelt nur kurz runter Dann machen wir halt zwei Kommt drauf an wie Wie weit Also wie lang das Video geht Wenn es unter 7 Minuten geht Mach ich neues Und sonst Wenn es über 7 Minuten geht Ah Dann Und dann Ah Ah naaa Ja wo sind die denn alle? Ich glaube hier verarschen Ich bin hier Massenlos gestorben Massenlos gestorben Jedes Mal Und jetzt Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier aber aufgerascht Ah ne noch nicht Ja noch so aus Zähneabschuss Ich bin hier Verarschen Alter Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Haui Uuuu Uuuu Alter wie unsere Dargestellte ist Krass man Alter Ja ich bin Und er Last kill Genau 6 zu 11 Ja genau Kommt Ja genau Ja noch eine größere Hackebücher Wohl nicht oder? Kommt schon um die Ecke Und zielt schon Aber den anderen Verkillst Was auch schon so Ja ich mach dann hier Ein kleines Cut Damit Ja Damit ihr nicht die ganze Zeit Warten müsst Um zu sehen Wie wir abstimmen Also sehen wir uns bis gleich So da bin ich wieder Ja ich hab noch ne kleine Änderigkeit Ich hab noch Fingerfertigkeit Und Ähm Da hab ich die Waffe nach Im Sprinten schneller Zier Reingemacht Also damit ich Dreck wenn ich Damit das nicht passiert Wie eben Damit Zwei Jahre lang Laufe Fünf Sekunden lang Äh Kommt und dann Ich sterbe Und ja hier mach mal Kleines Cut Ähm Und Wir sehen uns gleich wieder Jo Leute da bin ich wieder Jetzt fangen wir mal richtig an Ah das geht schon schneller Gut finde ich klasse Ähm Jajaja Es kam gerade ein Post Für mein Dad Alter Stirb doch Stirb doch Läufig Zittert Hahahaha Wie geil Wie geil Der steht da ums Eck Yes Nein Alter 8 zu 0 8 zu 0 Jaja Komm Ey das ist Hundertprozentig So ein Dreckswichser Der Die ganze Zeit cheatet Und dann kack macht Fuck Fuck LOL Ich konnte noch nicht mal schießen Alter Einen Schuss hab ich gemacht Aber ich bin schon tot Ich gehe jetzt noch die ganze Zeit Und hab ich nicht mehr Schüsste Wo ist denn da einer? Alter Die war verzau'n Recoil Alter Das ist doch krass Au Uah Ho Je Nein Aber was für ein Dreckscamper Ja okay Gegen so'n scheiß Camper Kann man nichts machen Einen Recoil Camper Kananchen einfach nichts machen Einen Recoil Camper Entschuldigung Wir müssen jetzt nur ein Seil Einen Recoil Camper Je Der ist einfach so hart Hey Alter Oh, nee, oder? Ich geh mal wieder drauf Ich geh jetzt auch mal den Alter, hier eine verlieren wir wirklich Alter, nehmen wir nicht, geh hier raus Sorry, Leute, aber das ist mir jetzt zu blöd Ich hab keinen Bock die ganze Zeit zu sterben Ähm, ich hoffe, was hat euch gefallen Ich würde mich über einen Daumen hoch Like, Kommentar oder Ähm, freuen Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben Was ich bei nächster Linie für eine Klasse verwenden soll Messer, einfach alles Egal Ich kann auch den Modus frei sagen Ähm, ihr könnt mich bei Steam adden, dass ich mit euch spiele Und so weiter Also, ich hoffe, es hat euch gefallen Also, yo, Leute, haut rein Euer Gamer Befehl